So, Leute, was geht ab euch? Panzerschreck ist wieder dabei, mit mir am zocken zusammen, sehr gut, ich freue mich, USN Generals, hier kommen. Genau, wir sind als Aufklärer unterwegs, also snipen, dazu steig ich mal hier ein, ja, er ist ein Rauchen, hat er gerade geschrieben. Natürlich gibt es keine Fahrzeuge, das nervt ein bisschen, wo hat jemand, ne, kein Schwein. So, dann wollen wir mal, dass es schon geil aussieht, wie am hier rumlaufen. Nein, wie geil! Obt ihr uns anführen würde, hier links? Oh, schönen Tannenanzug hat er eine. Ich überhole ihn mal bei einem Panzerfäuste. So, ich habe es gemerkt, ich bin auf die falsche Seite gelaufen. Jetzt mal hier rüber. Okay, da kann ich auch nicht. Okay. Kann man hier rein. Ich muss kurz noch landen hier. Die kleine Wumpel auch. So, ganz gefällig hier. So. Okay. so jemand abgeknallt so mal schauen von wo die jetzt kommen so wie sie eine Wellenart so Panzerschreck ist noch nicht dabei Alter so ich nehme lieber meine Sniper wieder direkt tot Alter warum habe ich nicht getroffen dahin komme ich nicht ich muss mal hier hochgehen scheiße Alter gut dann kratzt jeder ab so hier hoch können wir glaube ich auch nicht nein leider nicht okay dann müssen wir halt sputen wie immer alles dreht sich um die Wurst hier vorne so so hmm so 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 nein jetzt habe ich die noch fuck Alter ja Panzerschreck ist da naja Digga ich habe kein Auto gedacht ich habe ein Fahrzeug mal 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 jetzt schauen wir mal ob wir hier was reißen können so halb ich ein bisschen gut aussehen oder mal mal Scheiße, komm mal nicht weit. Ach, da war jemand. Der musste sich direkt mal... ...bellegen. Also die könnten natürlich von allen Seiten kommen, außer jetzt hinter mir eigentlich. Das Lüge. Was ist das? So, die werden die Affen. Ich fritz mal hier rüber. Ich fritz mal hier rüber. Scheiße, hier kommt kein Schwein. Alter, was ist los? Alter, was ist los? Alter, was ist los? Scheiße, ich bin gleich tot. Nein, dieses scheiße Nachlagen dauert immer so lange. So, mal schauen, wo Panzerschreck ist das hier. Okay. Müssen wir halt wieder jumpen. Ach, hier ist doch das Häuschen. Mal kurz mal auf Mathe gucken. Okay, mal von Norden. Ja, ja, da ist jemand, der bewegt sich. Die treffe ich nicht, Alter. Was ist denn los schon wieder, ihr Digger? Komm, der ist so langsam unterwegs. Boah, schon in den Kopf geschossen. So, jetzt. Oh fuck Und macht er die kalt? Ich stoppe mal vorhin Wir alle hier am Sputten sind, ey. Das ist der Wahnsinn. Okay, die kommen von da, Alter. Oh, fuck. Keine gute Idee. Scheiße, wo war der denn? Na gut, ey. Eigentlich müssen wir von der anderen Seite kommen. Die sind vom Süden, die sind tausendmal besser gewesen. Ach, geil. Alter, das wusste ich gar nicht. Alter, die Tassen drücken und schaut mal oben rechts. Hier, 600 Meter. Kann man wundern, dass ich nicht mal getroffen habe. Richtig geil. Jetzt nochmal, dass ich gleich schön in Stellung gehen. Mal schauen von dieses Haus da, vielleicht kann man da vielleicht hoch und dann vielleicht bannern. Oh, da rennen die, da rennen die. Ganz schön ins Gebüsch. Da, 100 Meter. Okay, das ist ganz flott gewesen. Dann komm, Stimme auf. Wie, war das nur eine Person, die sie gelaufen ist tatsächlich? Gut, ist denn hier kein Haus, wo wir drauf könnten. das wäre für uns optimal, dann müsste eigentlich irgendwo ein Dach kaputt sein, etwas. Schauen wir mal, je höher wir sind, desto besser, ne? Ok, scheiße. Oder? Da kann man nicht rein, also wirklich noch hier rein, ok. Ah, da im Haus ist der Sniper, ok. Schaut mal. Ich hab da gesehen. Ich kann schon, dass ich keinen abgeknallt habe, weil ich immer diese scheiß E-150 Meter... Und zack, ist der Licht. Ich werde das Licht. Ich bin da schon. Ich bin da. Kuss, dass der Licht wird. Das ist der Licht. Was ist der Licht? Ich bin da. Ist der Licht? Ist der Licht? Ein Licht? Ok, das ist der Licht? Von Der Lohn ist der Licht? Das ist der Licht? Oh, ich dachte in den Kopf, ne? Boah, wieder nachladen. Wie geil, Alter. Zack, das zu drücken. Die Hunde, wir gehen die rasieren, Digga. Was ist da los? Okay, jetzt ist keiner da. Jetzt will ich mal nämlich, obwohl das ziemlich weit weg ist, das Haus. Ich will mal einmal von da, nämlich ballern. Oder von hier, ich hoffe, das Haus ist ja noch besser. Das wusste ich gar nicht, Alter. Wir haben jedes Mal immer Silber eingestellt, mit der Maus, ey. Der läuft jetzt. Jetzt werden wir die rasieren. Digga. So, mal abchicken. Boah, was ist hier los? Jawohl, ich hab den... Scheiße. Einfach nur geil, ey. Einfach nur geil. Wie die Ameisen hier abknallen. Zack, mit einstellen. Boom. Und sein Bein. Und tschüss. Alles scheiße, Digga. Alles stehen geblieben, ne? Alter, wie knapp! Tschüss. Oder sehen hier die ganzen Motherfuckers? Das Aufpassen aber auch. Alter! Fuck, ich muss das Licht ausgedrücken. Seht ihr? Ich hab mich vergessen und direkt... ...und tschüss. ...und tschüss. Fast getroffen, ne? Ja? Scheiße, jetzt rennt der natürlich nicht. So mag ich die am liebsten, wenn die einfach stehen bleiben. Nein, bleib doch stehen alter. Jetzt gegen den Bein. Und tschüss. Das hat auch Widersehen gesagt. Wie können die Affen das überleben? Digga alter, wie können die das manchmal überleben? Wie können die Affen das 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 überleben? Wir haben eine Füße. Hat so richtig aufs Med bekommen. So gar nicht. So, ich habe keine Moon mehr, Freunde. Das heißt, die Schaufel muss her. Oder gibt es die Munition? Ich denke eher weniger. Leider eine Schale ist so. 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 Was auf die Karte gucken. Oh **** Ich bin fast tot, ey. Ich kann da gar nicht lang, schießt jemand? unten links seht ihr es ja bloß kurz ein paar striche das ist ein kleiner schub soll ich bin direkt tot jawohl nun sauber ganz schnell weg hier ich weiß nicht wo du es geschossen hat von rechts so drei prozent noch dann haben wir gewonnen natürlich nur 90 prozent also wir wollen Ich hab' geblasen, ich hab' geblasen.